So, weiter geht es mit dem Erfolg gratis Grundbesitz. Der Erfolg ist auch sehr einfach und sehr schnell zu erledigen. Alles was man dafür machen muss, ist einfach nur 50 verschiedene Biwaks zu entdecken. Das geht am besten, indem man zu den weißen Rauchsäulen, die man im Hintergrund schon sieht, fliegt. Denn jede weiße Rauchsäule steht einfach für ein Biwak, was man noch nicht entdeckt hat. Man muss auch gar nicht landen und aufsteigen, um das Biwak zu entdecken. Einfach tief drüber fliegen reicht schon aus. Und alles was man dann noch machen muss, ist wirklich einfach nur noch die Rauchsäulen nacheinander abklappern, bis man dann irgendwann den Erfolg freigeschaltet hat. Das war es auch schon mit dem Video. Der Erfolg ist, wie am Anfang schon erwähnt, sehr einfach zu erreichen. Man sollte also eigentlich damit keine Schwierigkeiten haben. Insofern bis zum nächsten Mal.